Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Medal of Honor ist die allerhöchste militärische Auszeichnung, die existiert. Wir brauchen eine vollständige Nachprüfung. Mr. Pizzenberger, Sir, ich komme vom Verteidigungsministerium. Ich möchte mit Ihnen über Ihren Sohn reden. Wollen Sie die wahre Geschichte hören? Reden Sie mit den Schlammsoldaten. Ich musste vorher auch nie so viele Männer verlieren. Pizz kam runter, rettete Leben von Männern, die er nicht einmal kannte. Klingt nach einem Selbstmordkommando. Selbstmord begeht man aus Hoffnungslosigkeit. Pizzenberger war heldenhaft. Ich habe ihm andauernd gesagt, dass er abhauen soll, aber er wollte einfach nicht. Er war da, um Leben zu retten. Also tat er das. Wieso sind Sie hier? Weil Sie hier sind. Er hätte gar nicht dabei sein sollen, so wie wir alle. Was soll das heißen? Es war Eigenbeschuss. Wir schossen auf unsere Kameraden. Der Gefechtsbericht. Er fehlt. Wer hatte sich Operation Abilene überhaupt ausgedacht? In das Westen lässt. Willst du nicht stechen? Wieso nicht? Aus der ursprünglichen Akte wurden wichtige Informationen entnommen. Du hast keine Ahnung, was du da anzettelst. Ich habe noch nie erlebt, dass du einfach aufgibst. In der Regel beurteilt man uns nach dem, was wir tun. Aber ich denke, das, was wir nicht tun, das verfolgt uns. Ich werde damit an die Öffentlichkeit gehen. Klingt recht riskant. Aber die Zuschauer werden es lieben. Verschaffen Sie Piz, diese Medaille, und den Männern, die ich verloren habe. Dann könnte ich doch noch was Anständiges aus diesem Krieg ziehen. Pizzenbergers Vater. Er liegt im Sterben. Der eigene Tod ist leichter, als ein Kind zu verlieren. Tun Sie Ihr Bestes. Leute wie Pizzenberger tun das, was sie tun, nur für die anderen. Sie opfern ihr Leben. Ich muss das beenden. Gepriesen sei dieser junge Mann, der uns mit seiner Hingabe ehrt, um sicherzustellen, dass die Opfer der Gefallenen nicht umsonst waren.